Die Menschen der Erde müssen begreifen, dass das Finanzsystem und der Freimarkt, zwei grundsätzlich verschiedene Realitäten sind. Der Kapitalismus ist eindeutig ein kapitalistisches Finanzsystem. Der Kapitalismus ist kein freier Markt. Der freie Markt ist kein Kapitalismus. Der freie Markt ist die natürliche Form des wirtschaftlichen Austauschs, im Wesentlichen unabhängig vom Finanzsystem oder anderen finanziellen Mitteln. Der Kapitalismus ist die synthetische Form des Finanzsystems. Entworfen von einem privaten finanziellen Kartell um die gesamte Gesellschaft zu kontrollieren. Nur freie und individuelle Menschen können begreifen, dass der Kapitalismus kein freier Markt ist, sowie dass ein privates finanzielles Kartell die absolute Kontrolle über die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft hat. Das heißt die kapitalistische Gesellschaft ist nicht frei, Demokratie ist nicht real, und die freie Marktwirtschaft ist eine Illusion. Der Mechanismus des kapitalistischen Finanzsystem basiert auf Eigentum, Kontrolle und Akkumulation. Jeder freie, und Individualist begreift, dass das kapitalistische Finanzsystem zu einer Akkumulation von Eigentum führt, ohne jegliche Einschränkung. Das kapitalistische Finanzsystem vernichtet Eigentum im realen wirtschaftlichen Prozess, und generiert dadurch den Zusammenbruch des realwirtschaftlichen Prozesses und der Gesellschaft. Es gibt keinen vernünftigen Grund, das kapitalistische Finanzsystem zu erhalten. Es ist absolut notwendig, um Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit, Eigenverantwortung, den freien Markt und die realen wirtschaftlichen Vorgänge zu verteidigen. Das schmutzige Spiel um Geld muss vernichtet werden, bevor die realen wirtschaftlichen Prozesse vernichtet werden. Die realwirtschaftlichen Prozesse müssen stabil und effizient sein, weil die Menschen natürlichen Zusammenhalt besetzen, Empathie, Kultur, Geschichte, Intelligenz, Wissen, Weisheit, Handwerk, Energie und den freien Willen. Dieser Wandel ist viel mehr als nur ein Traum. Wacht auf! Wissen ist Macht. Wissen ist frei. Wir sind anonymous, wir sind viele. Wir vergessen nicht. Wir vergeben nicht. Erwartet uns!